E. A. Paul Productions liest Sagen der Gebrüder Grimm Das Muttergottesbild am Felsen Im Fispertal an der schroffen Felsenwand des Rädli-Berges hinter St. Niklas steht hoch oben, den Augen kaum sichtbar, ein kleines Marienbild im Stein. Es stand sonst unten am Weg in einem jetzt leeren Kapellchen, das die vorbeigehenden Leute davor beten konnten. Einmal aber geschah s, daß ein gottloser Mensch, dessen Wünsche unerhört geblieben waren, Kot nahm und das heilige Bild damit bewarf. Es weinte Tränen. Als er aber den Frevel wiederholte, da eilte es fort, hoch an die Wand hinauf und wollte sich auf das Flehen der Leute nicht wieder herunterbegeben. Den Fels hinanzuklimmen und es zurückzuholen, war ganz unmöglich. Eher, dachten die Leute, könnten sie ihm von oben vom Gipfel herab sich nahen, erstiegen den Berg und wollten einen Mann, mit starken Stricken umwunden, so weit herniederschweben lassen, daß er vor das Bild käme und es in Empfang nehmen könnte. Allein, im Herunterlassen wurde der Strick, woran sie ihn oben festhielten, unten zu immer dünner und dünner. Ja, als er eben nach dem Bild nahe kam, so dünn wie ein Haar, daß den Menschen eine schreckliche Angst befiel, und er hinaufrief, sie sollten ihn um Gottes Willen wieder zurückziehen, sonst wäre er verloren. So zogen sie ihn wieder hinauf, und die Seile erlangten zusehends die vorige Stärke. Da mußten die Leute von dem Gnadenbild abstehen und bekamen es nimmer wieder. E.A.com Productions